Hier eine Patientin, wo wir bereits mehrere Behandlungen geplant haben, jetzt aber hier in dem Bereich des Stirndesigns, aber auch der Zornesfalte eine Behandlung durchführen, damit es eine ganz natürliche Art und Weise erscheint. Man sieht hier, wir hatten vor einiger Zeit mal hier auch die Vorbehandlung gezeigt gehabt, da hat man sehr, sehr tiefe Falten gesehen. Ich denke, in dieser Art und Weise kann man jetzt schon davon ausgehen, dass es ebenfalls sehr schön wird und die Behandlung ein natürliches Ergebnis erscheinen wird.